Ein Becker wird schon öfter angewandt gewesen. Vergesst es so schlimm. Es ist natürlich auch die Fußball-Auropa-Meisterschaft großes Thema. Wie haben Sie den ersten Sieg der Österreicher bei einer EM erlebt? Und was trauen Sie den Österreichern zu? Ja, bekanntermaßen war ich an den Lacken Minz. Und wir haben uns dort zum Public View gegeben, was sich jetzt wieder möglich ist. Und jetzt haben wir rechtzeitig am 10. Juni noch die Bestimmungen geändert. Manche behaupten deshalb. Ich will sie jedenfalls nicht abstreiten, aber auch nicht abstreiten. Und insofern haben wir das gleich selber genutzt. Und das war schon beeindruckend, war schon toll. Und die, die sich mit der Sportstatistik beschäftigen, die haben dann auch gleich mal groß. Erstmals drei Punkte, oder drei Tage. Tolle Sache. Und ich glaube, die Spirit ist dann nach dem Hängen, auch in der Vorbereitung zum Teil, ist in diesem Match zurückgekommen. Ist ja für die Zukunft am Sinn. Herr Präsident, schon heute kommt auf jeder gleich. Bitte, du auf die Vorderseite. Genau. Herr Präsident! Herr Präsident! Doppelbuch! Danke! Doppelbuch! 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 Bis zum nächsten Mal.